Ähm... Alles klar... Hexe, du machst mir Angst... WTF? Geht hier ab... Ach du Kage, ach du Kage, ach du Kage, ach du Kage, ach du Kage... WTF? Was machen hier so viele? Alter, krasse Scheiße... Leck mir die Eier... Wie ich denn immer zum Leben erwache... Hier habe ich meine... Was ist das? So... Ich brauche Holz... Äh... Jetzt brauche ich Leder... Warte, wo ist denn das? Ich glaube hier... Ja auch nicht... Äh... Boah... Das gibt es alles nicht... Das heißt... Leder habe ich da... Leder habe ich hier nicht... Und hier... Auch nicht... Hm... Nightmare... Nö, will ich nicht... Nö, will ich auch nicht... Was kann ich denn da raus, Mann... Gar nichts... Okay... Äh... Loll... Was ist... Äh... Eine... Nö, wenn ich davon... Nö... Jetzt... Das... Mal... Ablaust... Ablaust... Also, ich habe hier jetzt... Was ist... V-v-v-v-v-v-v-v-v... Du, das ist... Etwas... Was will ich mit so einem Kack hier? Diamantschild. Kann ich das anziehen? What? Ah. Schusssicher. Ja gut, aber was bringt das? Na. Juli ist immer fragt. Wo war jetzt diese scheiß Kiste? War die hier drin? Boah, bin ich gut. So, das nehmen wir mit. Und dann geht's weiter. Scheiße. Wow. Warum ducken die sich? Boah, wie viel Sinn denn das? So, jetzt hab ich wieder so... Jetzt hab ich wieder so... Jetzt hab ich wieder so... Das da brauche ich... Oh, nein, das brauche ich. Boah, Handy halt's mal. So, das brauche ich eigentlich auch nicht. Schmeiß ich einfach so mein Backpack weg. So. 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 Gut, das sind alles keine solche Monsterkisten, die mich gerade angegriffen haben. Oh, lauter Bücher, das freut mich ja. Boah. 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 Hä? Wie? Danke. Warum. So. Okay. So. Für mich war das eine Zauberkiste oder so. What? Huh? Ach, das ist eine Dreierkiste. Ah. 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 Ah, ne, ist wirklich nicht. Äh, da. Und da. Kannst du die KG behalten? Will ich nicht? Huh! Mein Essen! Ich muss noch mal gucken. Hm. Muss ich vielleicht mal kurz was runterlöschen. Mal gucken, was ist das? Ja, das kann ich löschen. Äh, ja. Eieaaah, wunderbar. So. Weiter geht's. Achso, jetzt hab ich schon. Lol, da kommt ein Zombie. Mein Herz, mein Herz. Ach ja, hier ging's ja auch noch weiter. Ja, komm. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Ah, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ach, ich wusste, irgendwann kommen die doch mal wieder. Ah, ich wusste, irgendwann kommen die doch mal wieder. Das war mir jetzt sowas von klar. Okay, die ist nicht. Und die auch nicht. Boah. Puh, Alter, beim ersten Mal ist ja noch in Ordnung. Aber dann. Geht es ja überhaupt nicht mehr klar. Äh, ich muss ganz kurz dem Typ nochmal schreiben. So, hier waren wir ja dann fertig. Ja. Warte, hab ich da meine Werkbank liegen lassen, nee, gell.